Hallo, hier ist Philipp von Kafka und wir freuen uns dieses Jahr wieder Paten von euch sein zu können im Eine-Welt-Song-Contest und freuen uns über total viele Einsendungen und darum denkt unbedingt an den Einsendeschluss am 16.06. und seid fleißig am Songs schreiben und Texte schreiben, weil wir freuen uns total auf eure Einsendungen und wie ihr euch gerade Gedanken über die Welt macht und ja, seid fleißig bis dahin und sendet kräftig ein. Tschau!